Willkommen zur Pressekonferenz nach dem 13. Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga hier im König-Palast Krefeld-Pinguine gegen die Thomas-Sabo-Eistigers aus Nürnberg. Entstand 0 zu 4 Aussicht der Pinguine, 4201 Zuschauer waren heute in der Halle und an der Strafzeitenverteilung gab es 10 Strafminuten für die Krefeld-Pinguine, plus 10 für Scott Valentine bei den Thomas-Sabo-Eistigers, 16 Strafminuten. Martin Jiraneck von den Eistigers-Bauern, schönen guten Abend, Glückwunsch zum Erfolg und der Trainer der Pinguine Rigaduno. Beide bitte ich um ihre Statements. Herr Jiraneck, dem Gast gehört das Statement zuerst. Dankeschön, schönen Abend. Ja, das war eigentlich ein hartes kämpftes Spiel, besonders in der zweiten und letzten Drittel. Ja, Unterzahl bei uns war sehr stark und Andy Jiraneck, er musste einen Lob auf ihm geben für den Shutout. Er hat ein enormes Spiel für uns heute Abend gemacht. War ein Team-Sieg für uns. Immer in Krefeld hier drei Punkte zu holen, ist immer schwer. Und ja, drei Punkte haben wir geholt und ja, jetzt schauen wir weiter. So, ich bin zufrieden mit der Leistung von der Mannschaft heute. Dankeschön. Dankeschön, Martin Jiraneck. Rigaduno, dein Statement zum Spiel heute. Ja, I thought we were okay in the first period. We got out-muscled off a puck down deep, close to our net, passed through the defenseman's legs and they scored. And then we make, we're off the rush and instead of shooting the puck, we try to make a fancy pass. They get an odd man rush and they score. So sometimes we're our own worst enemy and to score goals you have to shoot pucks, you have to recover rebounds. Sometimes we struggle to recover rebounds because of a strength factor. We have guys that are getting used to the league. That's just the way it is. But we continue to work hard. Our systems are good. Our structure's good. Our teaching's good. I've been here for six years. You work at getting better every day. And that's what I do. And yeah, it's tough times right now. And the fans don't deserve to have home losses. I'm the first one to admit that. I'm the first one that's happy for the fans when we win a game at home. I care about the fans. I don't care about my success. I just care about Krefeld Penguins' success. And that's what I did six years ago when I came here. We generated success through recruiting, through helping bringing needles in the haystack players here to Krefeld, which we did. We lose them to higher-priced teams the next year. We replace them again the next year. So we're having some hard times right now. But it certainly doesn't have a darn thing to do with the structure of the team and the coverage and the power play setups. The job has to get done sometimes by shots and rebounds and fighting people off. And at certain points in time, it's just not enough. It's just not enough. So excuse me for not speaking German at this time, but I'm as frustrated as everybody else right now. But I'm not one bit disappointed in the effort that I give every day. And again, it's not about me. It's about the players in there. And I'm with them 100%. And I treat them good every day. And I spank them when they're bad. And I hug them when they need to be hugged. And that's what it's all about. So whoever wants to give up on the team, God bless you. But I'm in it 100%. And I'm going to come out of this with these guys. And I hope the fans feel the same way. Again, I'm here for the organization. I'm not here for myself. Thank you, Shannon. Congratulations to Martin. He's done a very nice job in Nürnberg. And I wish them luck in the future. And again, congratulations on the win tonight, Martin. Dankeschön, Riccaduno. Sehr emotionales Statement unseres Trainers. Gibt es Fragen der Medienvertreter an Riccaduno oder Martin Jiraneck? Das ist nicht der Fall. Für die Pinguine geht es weiter am kommenden Sonntag bei den Straubing Tigers, die zuletzt hier im Königpalast 8 zu 3 gewonnen haben. Da wollen die Pinguine nach Möglichkeit Wiedergutmachung betreiben. Riccaduno hat es gesagt, da kommt man nur komplett zusammen wieder raus. Deswegen wünschen wir den Pinguinen natürlich viel Erfolg. Wollen das aber natürlich auch unseren Gästen wünschen. Gute und sichere Heimfahrt. Viel Erfolg natürlich im weiteren Saisonverlauf. Ihnen allen einen guten und sicheren Nachhauseweg und einen guten Start ins Wochenende. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.